Moin Leute und herzlich Willkommen. Ich wollte hier heute einen neuen Wachtel und der Stand fertig machen, weil der alte schon ziemlich zu klein geworden ist. Die sitzen da übelst gerne drinnen mit übelst vielen Wachteln und da muss mehr Platz rein. Ja und was ich da fertig mache, das zeige ich euch jetzt mal kurz im Video. So würde ich sagen, ziehe ich mir das hier einmal nach unten. Andere Seite natürlich auch. Ein bisschen Spielraum haben wir ja. Unten den Rand, den lasse ich auf jeden Fall dran. Den flexe ich nicht an, ich flexe bloß bis hier, bis zum Rand. Ja und dann werden wir mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. So, ich fange jetzt hier einmal an runter zu flexen. Man kann das natürlich auch so einbuddeln und da hinlegen, aber ich finde es persönlich schöner, wenn das hier raus ist und die Wachteln auf jeden Fall in den Boden schaden können, anstatt hier immer auf den Blumentopf irgendwann stoßen. Weil das finde ich nicht gut. Ja, ich fange hier mal an. Das werde ich jetzt hier einmal weg flexen. So, wir haben das jetzt draußen. Jetzt stellen wir das mal hin, so ein bisschen wie das sein soll. So sieht das jetzt aus. Das hinten kommt natürlich ein Boden rein. Ganz klar. Jetzt werde ich hier die Kanten noch schön schleifen. Also mittlerweile hat sich hier auch die Farbe irgendwie verabschiedet. War wohl nicht so doll, der Topf. Jo, ich kann das hier so einfach abmachen. Das ist natürlich noch besser. Dann hat man nicht die Gefahr, dass da irgendwas von dem Scheiß bei den Wachteln drinnen landet. Ja, geht eigentlich ganz gut, wenn man erstmal den Anfang gefunden hat. So ein bisschen mit Gefühl, dass sich dann geht das. So, ich habe das jetzt hier alles abgeschliffen, dass das alles safety ist für die Wachteln, dass ich da keine verletzen kann, wenn die mal zu tief buddeln hier. Weil die Seite ja nachher noch ein bisschen in den Boden reinkommt. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet, dass die ganze Farbe so einfach abgeht und habe jetzt hier so eine Grundierung besorgt für glatte Untergründe. Da ist Quarzsand mit drin. Das weiß ich nicht für Fliesen und da kann es alles mit grundieren. Alles was glatt ist und bemalt werden soll, kann damit vorbehandelt werden, damit das dann tragfähig ist für die Farbe. Das schmiere ich jetzt hier einmal rauf. Schön einmal ordentlich. Ich habe das jetzt grundiert. Das trocknet ziemlich schnell. 20 Minuten, eine halbe Stunde steht drauf. Man hört auf jeden Fall auch den Unterschied. Hier an den Seiten habe ich extra nichts gemacht. Und hier wo schon dieser Quarzsand drauf ist, man hört auf jeden Fall, jetzt ist es schön rau, dass die Farbe da haften kann und hoffentlich nicht nach drei Wochen wieder abfällt. Ich mache jetzt noch den Rand fertig und dann gucken wir mal weiter. Ich habe jetzt in der Zeit, wo der große getrocknet ist, noch einen kleinen gemacht aus Plastik. Den habe ich auf jeden Fall komplett grundiert, weil da wird die Farbe, weil das so glatt war, man hätte es auch anschleifen können oder dies oder das. Aber ich mache das mit so einer Grundierung. Das geht am besten. Es frostet sich ja alles rum und dran. Ja, ich fange jetzt mal an hier. Ich versuche das mal hier einigermaßen ordentlich zu lackieren. Wir haben uns hier für so einen braun entschieden. Ja, ich mache das jetzt mal braun hier und dann gucken wir uns das danach mal an. Ja, ich habe das jetzt einmal lackiert hier beide und werde das jetzt mal trocknen lassen. Ich hoffe mal nicht, dass die Wachteln das essen werden, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt, dass irgendwie Farbe abgeknabbert wurde oder sowas. Das wird schon hinhauen. So, wir haben jetzt hier den Draht durchgefädelt. War erstmal ein bisschen müde, aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, dann geht das. Ja, ich werde mal weitermachen. So, die Farbe ist jetzt getrocknet. Ich fange mal an, mich hier künstlerisch zu betätigen. Ich fange halt einfach mal an. Ich fange mich hier, ich fange mal an. Ich fange mal an. Ja, wir sind jetzt hier erstmal fertig mit dem Lackieren. Ich mache jetzt mal hier oben den Rand, den von innen habe ich noch ein bisschen abgeklebt, was ich deshalb finde. Ja, ich stelle das mal hier hin, irgendwie ohne das jetzt hier alles kaputt zu machen. Ja, so sieht das jetzt aus. Ich finde es richtig gut geworden, auf jeden Fall. Witzig gut einfügen in das Bild, ins Wachtelgehege. Sticht auch nicht gleich so raus, vorher der weiße Blumenpott, der sah ja aus, das sieht man ja schon vom Weiten und blend so. Aber das ist auf jeden Fall richtig Bombe geworden. So, bei dem haben wir halt den Rand so schön ein bisschen farblich gestaltet. Soll ja auch ein schöner Eingang sein für die Wachtler natürlich. Ja, wir lassen das jetzt noch trocknen und dann geben wir das Wachtelgehege, bauen das mal alles ein da und zeigen euch dann natürlich noch, was wir hier mit dem Unterstand noch machen. Dann kommt noch ein Dach rauf und das gucken wir uns gleich gemeinsam an. Also bis gleich. Ja, so sieht das jetzt aus, wenn das aufgebaut ist. Also bei mir auf jeden Fall. Es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Dafür, dass mal so ein weißer Blumentopf war, ist das auf jeden Fall Bombe geworden. Ich denke mal, der Lack wird auch lange halten. Gut, das Grünzeug muss man halt jede Woche ersetzen. Also ich mache das jedes Wochenende. Das bleibt halt nicht für immer grün, aber das fressen die Wachteln auch. Das sind Buchenblätter, Eiche und Ahorn. Das fressen die auf jeden Fall auch. Wir gucken mal noch zu dem anderen rüber, was wir da gemacht haben. So sieht das andere jetzt aus, was wir da noch gemacht haben für die Wachteln. Das war der andere Blumentopf, der etwas kleinere. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall reichen. Ja, das ist das aus Holz, was wir da gemacht haben. Da haben wir noch Moos drauf gemacht. Dass das auf jeden Fall bis nach Natur aussieht. Dass die Wachteln sich wohlfühlen. Und dass das einen guten Eindruck macht hier. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Nächste Woche werden wir hier das Wachtelgehege noch weiter optimieren. Ein paar Nester noch bauen. Und ja, noch ein paar andere Kleinigkeiten werden wir noch machen, die mich stören auf jeden Fall. Weil manche Sachen, wo die immer sitzen, da wo der Rasen unter ist. Da kriegt man das nicht so gut sauber gemacht. Wegen dem Rasen. Das werde ich auf jeden Fall noch verändern. Dann werde ich noch eine andere Treppe einbauen, dass die besser da reinkommen. Rein und raus. Ja, und so noch ein paar andere Sachen. Wenn euch das gefallen hat, dann schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut.